Die AMI ist für uns auch in 2018 ein Riesenevent, ein Gradmesser für unsere Leistungsfähigkeit. Wir holen da viel Feedback von unseren Kunden ein. In diesem Jahr ist für uns besonders wertvoll, dass die Hannover Messe bei der NMZ-CMAT stattfindet. Auf beiden Messen sind wir gut vertreten und haben mit unserer Intralogistik-Lösung, Pick-to-Light und Pull-to-Light, auf beiden Messen ein komplett neues Portfolio zu zeigen. Was für uns auf der Hannover Messe in diesem Jahr ein stückweit sentimentaler Moment ist, dass wir letztes Jahr unsere Tochtergesellschaft in Mexiko zurückakquiriert haben und wir hier nicht nur mexikanische Kunden begrüßen können, sondern auch unsere neuen zurückgewonnenen mexikanischen Kollegen. 2018 wird ein sehr gutes Jahr sein für die Hannover Messe und wenn es konjunktuell so weitergeht, auch für Weidmüller. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR im Auftrag des WDR Vielen Dank.